Herzlich Willkommen bei Ihr erster Blick auf MonaVie. In den nächsten Minuten hören Sie eine Information von Randy Schröder, International Distributor Ambassador von MonaVie. Randy Schröder begann seine Karriere in jungen Jahren bei Merrill Lynch und wurde später Senior Regional Vice President bei einer der größten Investmentbanken der Wall Street namens Drexel Burnham Lambert. Nach seiner Zeit an der Börse wechselte er in die Industrie des Network Marketing. Er arbeitete hier für einige der führenden Unternehmen und hat in den letzten 22 Jahren einen außergewöhnlichen, bis heute für nur wenige Menschen jemals erreichten Level an Einkommen und persönlicher Freiheit erreicht. Randy Schröder ist bekannt für seinen besonderen Geschäftssinn sowie für seine einfach anwendbaren Systeme, welche ihn weltweit zu einem der gefragtesten Trainer machen. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß bei Ihr erster Blick auf MonaVie. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Randy Schröder. Vor über 20 Jahren habe ich eine ähnliche Chance bekommen, die aber bei weitem nicht so bedeutend war wie die, die Sie jetzt gerade erhalten. Ich erhielt die Möglichkeit, die Branche des Network Marketings, das Arbeiten im Netzwerk, kennenzulernen. Und heute sprechen wir über MonaVie. Was ist MonaVie? MonaVie ist ein Produkt und ein Unternehmen. Und wie bereits gesagt, ein Network Marketing Unternehmen. Was denken Sie darüber? Ich weiß, wenn ich Network Marketing sage, erweckt das bei jedem andere Gedanken, Vorurteile oder Gefühle. Vor 20 Jahren war ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere im Finanzbereich. In den letzten zwölf Monaten hatte ich mehr Geld verdient als jemals zuvor. Aber wie viel blieb mir davon am Ende des Jahres übrig? Überhaupt nichts. Ich kämpfte, rannte und gab alles. Ich arbeitete so hart und war dennoch kurz davor, das Rennen zu verlieren. Um meine Situation zu verbessern, ging ich dann zu einer Präsentation, bei der mir das Network Marketing vorgestellt wurde. Das hat mir die Augen geöffnet. Ich möchte Ihnen gern den Grund dafür erklären. Ich erfuhr in dieser kurzen und einfachen Vorstellung den grundlegenden Fehler meiner Einkommensart. Ich gab Vollzeit aus, nahm aber nur Teilzeit ein. Sie fragen sich sicher, was ich mit Vollzeit ausgeben meine. Nun, ich hatte eine Hypothek auf mein Haus. Und wissen Sie was? Die Zinsen wurden mir auch belastet in meiner Freizeit, während ich gerade kein Geld verdiente. Nochmal, ich gab 24 Stunden am Tag Geld aus, nahm aber nicht 24 Stunden Geld ein. Ich war Börsenmakler. Ich nahm also in der Regel an fünf Tagen die Woche Geld ein. Manchmal nur an vier. Ich nahm nur ein, wenn der Markt offen war. Und es machte plötzlich Sinn. Deshalb verlor ich das Rennen. Ich gab Vollzeit aus und nahm nur Teilzeit ein. Wie sieht das bei Ihnen aus? Geben Sie auch Vollzeit aus und nehmen nur Teilzeit ein? Das genau ist das Problem. Aber was ist die Lösung? An jedem Tag erfuhr ich, die Lösung. Ein Herr namens Craig sprach über diese unglaubliche Branche. Und er zeigte mir, warum Network Marketing tatsächlich funktioniert. Es ist eine solide und legitime Methode, Produkte zu Endverbrauchern zu bringen. Es ist ein hocheffektives Geschäftskonzept. Und Craig half mir dabei zu verstehen, warum seine Welt viel besser war als meine. Er zeigte mir einen ausgedruckten Provisionsbericht vom letzten Monat. Der war fast fünf Zentimeter dick. Und er sagte, Randy, stell dir das vor. Es war, als ob ich eines Tages einen Kieselstein in einen Teich geworfen hätte. Und die Wellen sich ausbreiteten. Sie breiteten sich über meine Stadt hinaus aus. Sie breiteten sich über mein Bundesland hinaus aus. Sie breiteten sich über mein Land hinaus aus. Und er sagte, obwohl er nur in den USA arbeitet, hat er auch eine Gruppe in Japan. Wenn er heute Nacht einschläft, stehen sie gerade auf und gehen zur Arbeit. Es gibt doch eine Gruppe in Europa und in Südamerika. Er sagte, Randy, der wichtigste Unterschied zwischen meinem Einkommen und deinem ist, dass ich immer einnehme. Und dann sagte er, da er seit einiger Zeit Vollzeit einnimmt, hörte er irgendwann auf, Vollzeit auszugeben. Er hatte keine Hypothek und auch keine Schulden mehr. Heute nehme ich Vollzeit ein und gebe Teilzeit aus. Ich sage Ihnen, dieser Gedanke war wie Magie für mich. Das öffnete mir die Augen für die Möglichkeiten des Network Marketings. Heute, über 20 Jahre später, kann ich Ihnen sagen, wie dankbar ich bin, dass ich meine Augen öffnete und diese Chance für mich genutzt habe. 20 Jahre später und mit einem Leben, das ich jedem wünschen würde, kann ich Ihnen sagen, dass die grundlegenden Prinzipien des Network Marketings besser sind als die Prinzipien konventioneller Geschäfte. So, also das ist die Branche. Was ist nun Monavie? Monavie ist ein Produkt. Monavie ist ein Unternehmen und eine Gelegenheit. Was schlage ich Ihnen vor? Welches Resultat wünsche ich mir nach diesen wenigen Momenten der Information? Was wünsche ich Ihnen? Ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach den nächsten Schritt unternehmen. Die Bewertung. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Derjenige, der Ihnen diese CD gegeben hat oder der Ihnen den Audio-Link zugesendet hat, wird Sie zurückrufen. Man wird Ihnen diese einfache Frage stellen. Haben Sie die CD angehört? Wenn Sie bis hierher gekommen sind, wird die Antwort sein, ja, ich habe sie mir angehört. Und dann wird man so etwas sagen wie, und, hat es Sinn für Sie gemacht? Ich hoffe, Ihre Antwort wird sein, ja, es hat für mich genug Sinn gemacht, um den nächsten Schritt zu unternehmen. Die Bewertung. Diese Geschäftsmöglichkeit persönlich näher kennenzulernen. Die beste Möglichkeit dazu ist eine persönliche Geschäftsvorstellung im kleinen Kreis. Die Person, die Ihnen diese CD gegeben hat, hält bereits jetzt schon alle für Sie wichtigen weiteren Informationen und Materialien zu diesem Termin bereit. Diese Informationen und Materialien sind für Sie der Schlüssel zu Ihrem Erfolg. Erinnern Sie sich daran, dass ich sagte, Monavie wäre ein Produkt. Was nun ist das Produkt? Monavie ist eine Premium-Mischung aus 19 Früchten. Wenn Sie an einer persönlichen Geschäftsvorstellung teilnehmen, werden Sie das Produkt Monavie kennenlernen. Ich schlage vor, dass Ihre Geschäftsentscheidung auf diesem einfachen Gedanken beruht. Sie kaufen eine Flasche des Produktes und trinken sie. Wenn sie leer ist und Sie keine weitere möchten, dann werden Sie eben kein Teil unseres Geschäfts. Wenn sie aber leer ist und Sie, wie unzählige andere auch, die zweite Flasche möchten, dann haben Sie sich soeben das Geschäft selbst bewiesen. Monavie ist ein Produkt, das Sie erleben sollten. Kommen Sie persönlich vorbei. Machen Sie sich selbst ein Bild und Sie werden die Gelegenheit erkennen. Monavie hat in den USA in Rekordzeit die erste Milliarde US-Dollar Umsatz erreicht. Das Unternehmen zählt somit zu einem der schnellst wachsenden Unternehmen in der über 100-jährigen Geschichte des Direktvertriebes. Möchten Sie nicht Teil dieses Erfolges sein? Ich möchte Ihnen mehr über Monavie erzählen. Wie gesagt, auf der persönlichen Geschäftsvorstellung im kleinen Kreis werden Sie alles darüber erfahren können. Monavie ist Ihre Möglichkeit. Eine Möglichkeit für Sie ganz persönlich. Ich wünsche mir, dass Sie ein Teil davon werden. Wenn ich nur einfach mit dem Finger schnipsen könnte und Sie wüssten alles, was ich weiß. Die Person, die Ihnen diese CD gegeben hat, hat Ihnen einen sehr großen Gefallen getan. Sie hat Ihnen ein Geschenk gegeben. Ich hoffe, dass Sie es auspacken. Ihnen wird die Anleitung zu diesem Business gefallen und das Produkt werden Sie lieben. Nachdem dies alles gesagt ist, machen Sie sich bereit. Es ist ein Platz für Sie reserviert. Ich freue mich darauf, Sie bald zu treffen. Stellen Sie sich vor, was wäre, wenn es wirklich funktioniert. Wie sähe Ihr Leben dann aus? Welche Träume würden Sie sich erfüllen? Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Danke, Ihr Randy Schröder.